Herzlich Willkommen bei nächstes Mix der Welt. Ich zeige euch heute Blue, was man mit denen alles machen kann, ja dann würde ich sagen später. Also, es hat in vielen Produkten, ich wundere, wenn ich mal lache, wenn ich so verla-la-la-la. Also, ja, Happy Spring Blue und es hat in einem vielen Blue-Druck. Das ist so glitschig. Und ja, ich habe Happy Spring. Da steht noch Blue, Baby is so with you. Baby hat es am Kunden, glaube ich mal, Baby und Julian. Und hinten sind die Pro, 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 was man alles dazu machen kann und so, was man beachten muss und so. Damit kann man Fluffy-Schleim machen. Das war schon wieder. Und, Spaß. Und, ja, das hat es irgendwie in anderen Produkten, wie gesagt, zum Beispiel Donut, Äh, Apfel, keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht auch Pfirsich, weiß ich grad nicht. Ja, ich hab halt Happy Spring. Es duftet richtig schön. Und jetzt zeig ich mal, was man mit ihm machen kann. Also, erst immer schütteln, dass da richtig was rauskommt. Ich hab schon mal Tempo vorbereitet, dass das Ganze nicht irgendwie auf den Teppich kommt. Ich hoffe nicht, siehst du das. So sieht das aus. Schon mal so schlängelig, wenn man so macht. Jetzt, wenn man's gleich hier dran haltet, kann man so ein Turm bauen. So. Und, das bin ich für DM, Krullingen, Reitlingen, was auch immer, weiß ich nicht. Wo es auch überall gibt, aber auf jeden Fall hab ich so ein DM. Und, ja, wie gesagt, das geht zum DM. Und, das coole ist, ich mag das halt richtig, weil, halt, wenn ich Seife brauche, mach ich das mir einfach so in die Hände, schmier's ein, abwaschen. So logisch, weil das riecht so gut. Aber ich finde Donut und Happy Spring ist mein Favorit. Oder was heißt das? Keine Ahnung. So, das ist mein Stift. Ich kann mich nicht mal entscheiden, wenn ich nicht klinge, aber Mama, meine Mama hat gesagt, nimm Hebspring lieber. Da dachte ich, okay. Jetzt auch ein Groß, auch ein Klein. Die Kleineren sind als Creme und die Großen sind als Duchschaum. Jetzt werde ich mich verabschieden, nachdem ich dieses Mal zugeklappt hab. Boah. Und schreib mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr es mögt, ob ich nochmal ein Video machen soll mit anderen Sorten. Oder, ja, gib mir einen Daumen hoch. Da werde ich mich sehr freuen. Und andere geben mir bestimmt keinen. Und es hasse ich an welchen. Ich hab schon mal irgendwo 50 Aufrufe bekommen. Ich hab null, wirklich null Daumen hoch bekommen. Leute, guckt bei mir im Kanal und nicht bei zum Beispiel Best of Gurke. Ja. Okay. Und abonniert. Und drückt auf die Glocke. Dann würde ich sagen, adio Amigo und bis zum nächsten Mal beim Video. Bis zum nächsten Mal beim Video. Bis zum nächsten Mal beim Video. Bis zum nächsten Mal.